... ... ... ... ... ... Na, schreibst du bald auch dein Abi? ... Nackenmassage, Vitamin-Cocktails... Cocktails... Vitaminkoktel Lange Lernnächte Fit für die Abiprüfung Am Dienstag, Donnerstag und Freitag Oh, es ist so kalt So kalt, oh Jetzt aber Nein, immer noch kalt und Wind So Ich bin im Radhaus Ich sehe immer öfter die Ladestation Also es werden immer immer mehr neu gebaut Am Wochenmarkt kann man auch ein Elektroauto laden Also das Auto ist jetzt nicht da Wie gesagt, das Auto ist nicht da Elektrofahrzeuge während des Fahrtevorgangs frei Ich habe wieder gebaut Ein Kran Ist gerade in Bewegung Ich habe wieder gebaut Ein Kran Ist gerade in Bewegung Ein Kran 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 cinco